Einbrüche um 50% gestiegen. Der Deutsche Wetterdienst hat vor Stohenböden in Baden-Württemberg gewarnt. Vor allem in den Witzel Lagenkörner bis zum Nachmittag zu Orkanarmiertenböden kommen. Außerdem gibt es viel Regen in Schwarzwalds auf der Alge und in Richtung Allgäu. Am Morgen war es auf der Stohenböden nicht zu größeren Zwischenfällen gekommen, sagt das Innenministerium. Das waren die Nachrichten. Antenne 1, wann immer etwas passiert, bei uns sollte es ein Potschland. Antenne 1, jetzt der beste Verkehrs- und Splitsdienst für eure Strecke. Zuerst in der Vorsicht, im Bereich der Alkoholfläche besteht nämlich immer noch die Gefahr durch Straßenglätte. Und auf der A8-Stuttgart, das ist in München, laufen im Lämmerbückel-Tunnel Wartungsarbeiten. Die Gefahr wird deswegen auf eine Spur verengt, und zwar noch bis heute Nacht um 22 Uhr. Antenne 1, die aktuellsten Splitsnacht. Sie lassen sich nützen auf der A1- und amtliche A4-Richtung Stuttgart auf dem Engelbergtunnel in Katischhäusern in der Dettinger Straße. Außerdem wird der Langsame an der Ausleitung Teil von Kaffenweiler kommen. In Ostfüder-Schaumhausen in der Lällinger Straße und zweitseitig in den Wolfsburg in der Ettinger Straße. Er wird uns alle geschaut. Und nun bleibt uns nur unter 0.516.000. Das Team 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 Vielen Dank.